Und da waren es nur noch 5 bei Promi Big Brother 2014. Und ich möchte, bevor die große letzte Live-Show losgeht und der Sieger gekürt wird, mal festhalten, was ich denke, wer gewinnt und wer nicht, wie die Chancen stehen, wer es meiner Meinung nach verdient hat zu gewinnen und wer es denn sein wird, der gewinnt. Und fangen wir ganz einfach mal mit dem vermeintlich, ich sag mal für die meisten wohl vermeintlich letzten, dem Michael Wendler, der Wendler oder die Wendlerin oder wie man sie auch mittlerweile schon wieder nennt, die Wendi. Schreckliche Namen alles noch, aber naja, der Wendler halt. Der Wendler hat ja eigentlich ein recht positives Bild von sich gezeigt in Big Brother, auch wenn er sozusagen immer zur Figur des Spottes wurde und gern niedergemacht wurde und alles, was er so tat und sagt, sehr extrem auf die Goldwaage gelegt wurde. Meiner Meinung nach hat es aber von allen, die da drin sind, der Wendler am meisten verdient. Denn er hat Sachen getan sozusagen, die wirklich unabhängig von diesem Format sind und die wirklich, ich sag mal, eine gewisse Größe zeigen oder eine gewisse Ehrlichkeit oder sagen wir Empathie oder eine gewisse Selbstlosigkeit. Wo der Hubert K. die LR wirklich ganz stark, massiv beleidigt hat, ist der Wendler im Nachhinein auf den Huber zugegangen und hat ganz ruhig und so gesagt, naja, das war nicht gut, das mit dem Beleidigen. Du bist älter und erfahrener und kannst da nicht so reagieren und dass das halt eine schlechte Lösung war. Und das muss ich sagen, das fand ich doch sehr gut. Das hätte er eigentlich nicht machen müssen und so. Ich denke, keine Aktion zum Stimmschfang oder sowas. Aber ich denke sozusagen, der Wendler macht ja immer wieder solche Wendler-Aktionen. Und ja, er ist jetzt bei der letzten Nominierung die Argumentation, mit der er Aaron nominiert hat. Ich denke mal, er wollte es irgendwie, ja, er hat es halt schwer, einen Grund zu finden und wollte irgendwie einen Fairness-Grund anwenden, aber so richtig durchdacht hat er das nicht und dann hat er einen Idiot schon Scheiß von sich gegeben. Ich denke aber nicht, dass das sozusagen jetzt mit Absicht böse wird. Der meint es, weil der Wendler hat einfach nicht richtig nachgedacht, was ja dann immer zu anscheinend solchen Wendler-Aktionen führt. Und ich denke sozusagen, deswegen wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass der Wendler nicht gewinnt. Aber ich denke mal, sein persönliches Ziel hat er geschafft. Er hat durchgehalten, hat ein anderes Bild von sich gezeigt. Natürlich darf man nicht vergessen, der Wendler ist ja damit reingegangen, Zurückhaltung zu zeigen und nicht dick auf dicke Hose zu machen oder was auch immer. Aber ich denke, wir haben den Wendler als eine unsichere, nachdenkliche Person gesehen, die er sicherlich zum Teil natürlich auch ist. Und ja, vielleicht sollte man in Zukunft nicht mehr alles so extrem auf die Goldwaage legen, wenn der Wendler wieder mal einen idiotischen Wendler-Scheiß macht. Zwar kann man sich natürlich immer noch schön darüber aufregen. Aber ja, die Leute hassen immer gleich den Wendler und haben also eine massive Abneigung dagegen ihn. Und dann wird er zu so einem so ultraschlechten Menschen gemacht. Also ich denke mal, was wir da sehen konnten, ist einfach, dass er ein unsicherer Mensch ist, der von den Medien gequält wird. Und da so eine hasserfüllte Aktion immer und diese Reaktion in Bezug auf den Wendler von unterschiedlichsten Leuten ist wirklich sehr als fragwürdig. Und da sollte jeder mal darüber nachdenken, was ihn denn dazu bringt, den Wendler so zu hassen. Das ist übertrieben. Naja, aber ich denke, Wendler aufgrund seiner Vorbelastung wird er wohl nicht gewinnen. Ich finde sozusagen, er hätte es verdient, wobei es jetzt nicht solche großen menschlichen Aktionen war, was der Wendler gezeigt hat. Die anderen waren auch nicht viel besser. Und der Wendler hat so als Einziger mal ein bisschen mehr irgendwas, beziehungsweise was gemacht, sozusagen was denn halt doch nicht so taktil war und so. Deswegen würde ich es dem Wendler gönnen. Aber an sich, wie gesagt, was ich auch schon mal gesagt habe, an sich finde ich jetzt nicht unbedingt, dass jetzt irgendeiner der Promis, der da drin ist, das so großartig verdient hat, geleistet hat da drin niemand wirklich was. Als nächstes dann der Ronald Schill, der Richter gnadenlos, auch natürlich vorbelastet. Und ja, wir haben ihn in dem Haus als alten, notgeilen Mann kennengelernt, der recht intelligent und schlau ist natürlich, wobei das natürlich alles mal relativ zu sehen ist. Ja, dass der Schill so weit gekommen ist, hat natürlich mit seiner Art zu tun, wie er mit den Leuten da umgeht, dass er natürlich sozusagen ein Punkt ist, an dem es die Leute festhalten, festklammern, weil er halt Unterhaltung bringt, Geschichten erzählt und so. Er ist halt kein Langweiler, wie so manch anderer da drinne. Hat sich eigentlich, soweit es geht, gegenüber allen recht positiv verhalten, abgesehen von seinen Notgeilheitsaktionen, sag ich jetzt mal, die ja immer noch weiter anhalten. Auf jeden Fall eine Person, die sehr unterhaltsam war, auch für den Zuschauer natürlich. Aber an sich nicht wirklich jemand, der unter die letzten fünf gehört. Wären die Nominierungen und so anders gelaufen, wäre der Schill schon längst draußen. Also wenn es nach dem Publikum gehen würde. Deswegen denke ich, der Schill wird mit einer der Ersten sein, der rausfliegt. Dann haben wir die Frau Effenberg, die ja auch sozusagen ein schlechtes Bild in den Medien abgibt. Und ich denke, man könnte ja auch sehen, dass sie so schlimm nicht ist, aber so ganz Unrecht haben die Medien natürlich auch nicht. Natürlich hat die Frau Effenberg einige dämliche Sachen da drinne gemacht, aber wer macht das nicht? An sich im Großen und Ganzen würde ich sagen, bis auf einige Fehler und Macken und Meisen, die ja natürlich so jeder hat, eigentlich ein umgänglicher, netter Mensch, der man jetzt nicht unbedingt sozusagen hassen sollte oder wo man eine große Antipathie aufbauen sollte. Von daher, ich denke mal, die Frau Effenberg sozusagen hat so ein bisschen anderes Bild von sich gezeigt und ja, den Medien da nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie teilweise bestätigt in ihrer Berichterstattung, teilweise natürlich auch nicht. Aber ja, diese Antipathie, die auch die Frau Effenberg weit hat in den öffentlichen Medien, ist eigentlich unbegründet, trotz einiger idiotischer Aktionen, die natürlich hier im Haus von ihr gezeigt wurden. Bei ihr weiß ich nicht so ganz genau. Sie hat ja auch einige positive Sachen gezeigt. Und ich denke mal, wie es auch schon selber sagt, die Frau Effenberg ist eine Person, die polarisiert, natürlich sozusagen, also was man ihr auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, dass sie irgendwie taktisch gedacht hat oder sonst sowas, sondern die ist wirklich eine der wenigen Personen, die dort hundertprozentig echt war, nicht versucht hat, irgendwo dazugehören oder dem Zuschauer was recht zu machen. Sie hat wirklich, ja, so gezeigt, wie sie ist. Das kann natürlich sein, dass das die Frau Effenberg zur Siegerin machen kann, dadurch, dass sie einfach echt ehrlich und authentisch war. Sie hat halt auch sozusagen Fehler gezeigt, aber auch positive Seiten. Nun ist halt die Frage, wie der Zuschauer insgesamt, beziehungsweise die Zuschauer in der Masse, beziehungsweise die Leute, die bei dem Voting anrufen, ob denn wirklich welche sagen, ja, die fand ich am authentischsten, ehrlichsten, die hat nicht versucht, irgendwo zu Schauspielern, zu dies und das oder irgendjemandem was recht zu machen. Ich meine, sie hat ja sogar ihre, ihre Fans beleidigt, vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, Fans, aber natürlich zu ihrer Facebook-Freunde hat sie natürlich, ja, war sie nicht gerade nett. Und die Frage ist halt sozusagen, fühlen sich die Zuschauer in der großen Masse eher beleidigt durch das, was Frau Effenberg so getan hat oder finden ihre, ja, Fehler, ihre Fauxpas im Haus zu unmöglich oder schätzen sie dafür, dass sie offen und ehrlich ist und, ähm, in gewisser Weise offen und ehrlich ist und authentisch gezeigt hat, wie sie ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, Frau Effenberg ist eine Person, die das Ding gewinnen könnte, aber es ist halt doch ähnlich wie beim Wendler, sehr viel Vorbelastung. Ich denke mal, eher nicht. Aber wenn es nach mir gehen würde, also das wäre so die zweite Person, wo ich sagen würde, okay, dem kann man es gönnen, beziehungsweise der kann man es gönnen, dass sie das Ding gewinnt. Wobei es dann schlimmerweise eine Dirndl-Kollektion gibt, das ist dann wieder so eine andere Sache. Als nächste mögliche Gewinn- oder Verlustperson steht der Paul Jahnke, der Bachler oder Bachelor, wie man ja eigentlich ja sagt. Und, ja, der Bachelor ist auch so eine Person, die wäre schon längst draußen, wenn es nach dem Zuschauer gehen würde. Also entweder fliegt er als erstes oder der Schill. Also, ja, der Jahnke ist natürlich sehr berechnet in dem Haus, so nett und überdiplomatisch, überfreundlich und so. Und sobald es aber sozusagen mit seinem Konzept nicht so ganz richtig, sozusagen, wenn er dann sozusagen nicht so ankommt, so positiv, wie er es sich ausmalt, dann fällt er schnell aus seiner, na, ich würde sagen, Rolle, könnte man schon so ein bisschen sagen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass der Jahnke so ein bisschen beim Zuschauer verschießen hat. Ich denke sozusagen, für ihn war es keine gute Idee, hier mitzumachen. Auch, weil er wirklich ja sehr berechnend, wie er mittlerweile zu bemerken ist, an die ganze Sache rangeht. Deswegen denke ich, ja, der Jahnke ist kein Gewinner, sondern, da ist die Frage, geht er als erstes oder der Schill. Die letzte mögliche Person, die noch auf der Liste der möglichen Gewinnerkandidaten steht, ist der Aaron Droschke. Der Aaron ist eigentlich, so an sich, ein umgänglicher Zeitgenosse, da aber ein unglaublicher Langweiler, meiner Meinung nach. Dieser ganze Spiele-Mist, der ja hauptsächlich auf den sein, Mist gewachsen ist, mit diesen Promisraten und da irgendwie viel gewinnt, irgendein Blödsinn, das kommt alles von dem, dass, also diese Live-Schalten während der verschiedenen Promi-Big Brother-Sendungen dazu, wo wir denn sehen konnten, wie die da Promi-Raten spielen, beziehungsweise Schauspieler-Raten und was denn immer alles war. Und ich denke mal, auch für die Leute, die den Livestream abonniert haben, eine unglaubliche Langeweile, die dieser Mann verweitet. Dann auf der anderen Seite ist er natürlich immer mit seinen Sprüchen schnell mal unter der Gürtellinie. Hält sich für witzig, seine Sprüche sind auch nicht besonders gut, sondern eher schlecht und so. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall auch jemand, der sehr berechnend ist. Man darf ja nicht vergessen, also der Aaron ist auf jeden Fall ein großer Big Brother-Fan und kennt sich da hervorragend aus und weiß natürlich auch sozusagen, was für Leute ankommen, was für ein Verhalten ankommt und dies und das und was nicht. Er hat sich ja einen großen Foupa geleistet, das mit dem angewiderten Gesicht, die unten können uns sehen, da beim Frühstück. Das hat ja ein bisschen die Fronten aufgemacht, da hat sich ja dann der Hubert auch angegriffen gefühlt und dann, ich sag mal, wenn jetzt Promi Big Brother noch ein paar Wochen länger gegangen wäre, das hätte zu großen Dramen führen können, aber dass es ja nur zwei Wochen geht, hält sich das alles noch im Rahmen. Ja, ich denke mal sozusagen, also der Aaron ist halt zuberechnend bei der ganzen Sache, dann auf der anderen Seite ein Langweiler und halt so ein typischer YouTube-Comedian, nicht wirklich lustig, aber naja, hat genug sozusagen Erfolg damit, sag ich jetzt mal, dass man da wohl irgendwas in der Richtung mit anfangen kann, beziehungsweise, dass man in gewisser Weise prominent ist. Ich denke doch jedoch, dass der Aaron auf jeden Fall der ist, der das gewinnt, ganz einfach, weil er ja nicht wirklich ein Promi ist, sondern der Normalo, also jemand, mit dem sich die Leute da identifizieren können, wo sie das Gefühl haben, so, ja, der ist so wie ich, das ist einer von uns, der ist einer von den Zuschauern. So nach dem Motto. Und ich denke mal, das wird letztendlich der Grund sein, warum Aaron das gewinnt. Aber, ob ich damit so richtig liege, fragwürdig, der Zuschauer oder die Zuschauer sind ja verschiedenste Menschen mit verschiedensten, ja, moralischen Vorstellungen, Denkweisen, Gedankenkonstrukten und so weiter, also schwer einzuschätzen. Also meiner Meinung nach sind auf jeden Fall die letzten drei da Aaron, die Effenberg und der Wendler. Und zwischen den dreien macht sich das aus. Also ich würde tippen, Aaron erster Platz, Wendler zweiter Platz und Effenberg dritter Platz. Aber, das ist alles nicht so in Stein gemeißelt, auch was jetzt noch sozusagen in der Live-Show so passiert, was da in Bildmaterial vielleicht gezeigt wird und so. Da kann sich auch noch was drehen. Von daher ist das Ganze unbestimmt, aber hoffentlich bleibt es, wird es spannend. Ich freue mich auf die Sendung und ja, zu der werde ich natürlich auch wieder einen Kommentar verfassen. Bis dahin. und ich ein bisschen vor den en man und ich